Hallo, Ruhe! Hallo! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem anderen Video auf meinem Kanal. Ja, heute sind wieder Mino und Jakob am Start. Hallo! Hallo! Ja, und wir sind gerade aufgestanden, deshalb sind wir ein bisschen müde, ne? Was ist da? Wollen wir gucken, ob es da ist? Ja, genau, läuft ja. Also, heute ist unser Plan, also einer Strip-Mind immer und zwei gehen immer auf Jagd oder auf Heuerzeit immer. Also zwei gehen immer raus. Oh, ist da nicht klar. Ich glaube, das muss auch sein. Und wir brauchen... Ja, ne? Wir brauchen auch, äh, Betten und so, also noch mehr Wolle, damit wir auch endlich mal alle schlafen können, damit die... Wir müssen auch unser Schlafzimmer vergrößern. Ja, wir müssen auf drei Betten und irgendwo bei den Strip-Mindängen auch ein Bett hinstellen. Das, wenn einer unten stirbt, der nicht hoch geht. Also mehrere so Betten. Ja. Das Problem ist nur, wenn der stirbt, dann kommt der nicht mehr hoch. So schnell. Also, stimmt. Dann muss einer kurz machen, das ist dann... Dann kommt hier ein Bett und... Ach, haben wir noch so ein... Ja, wir müssen hier jetzt unten ein Bett platzieren. Ne, aber der war direkt über dem Strip-Mind. Dann muss unten, man muss unten ein Bett platzieren und, äh, dann wird der dort auch durchs Warnkund gesetzt. Aber dann müssen wir nochmal schnell hochreinern und dann dort den Warnkund, die da machen. Das ist hier oben. Ich probiere mal zum Lavasee zu kommen. Ja. 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 Wie ohne gewachsen. Jetzt haben wir sogar zwei Zuschauer! Oder? Ja. Oha. Das ist unser Rekord! Aber zwei Zuschauer. Ja! also leute wenn ihr grüßern wollt und auch im video sein wollt also dann werden wir es mal ansprechen weil wir sind jetzt aktuell gerade ein cut werden zeitraffer dann werden wir einmal kurz kein cut machen und dann mal grüßen am video also falls ihr angemeldet seid oder so und jetzt hier können wir hier ein bett machen und hier ein bett machen und so schöne bäume ich glaube in der mitte also ich will jetzt eigentlich hier raus gehen auf essen oder ich habe nur 24 stöcker da kommt ja hier direkt auf das essen auf vor die tüge ich glaube ich gehe einfach zurück oder weil so macht es nicht so sinn wo bist du ja nicht hier sie ist der ist er denn er hat den wunderen trader hier ja kann du kannst auf essen gehen ja ja ich gehe auf essen belohne gewachsen also erst mal wer sagt denn heute ist noch nicht auch morgen ein zuschauer hallo der denn der nutella der nutellacack hallo hallöchen du bist im video drin herzlichen glückwunsch ja mal wie geht es dir so gut drauf falls du dich fragst du bist eigentlich ein bilderrahmen was sagst du ich habe gerade einen platziert und platziert also ich sehe ihn es ist gerade sonnenaufgaben unter wasser kannst du mir kannst du mal auf ein kurzes 10 sekunden video reakten ja also wenn er also ja doch wollen wir jetzt gucken ja kommt immer ran hier ok ok ja kann machen aber so lange also ist da musik drin weil dann wäre ich ein bisschen skeptisch ja ne ne ok ok so achso nun achso nur mien ja ok das kommt wahrscheinlich auch ins video rein ja das kommt safe ins video hey ok also ja ja sorry sorry schick mal einen link rein ok wie heißt es oder einen link oder so ja ja schick dir den link ok dann kann ich das hier wieder schließen oder dann muss man da rein machen wow ja kannst du eigentlich hier nicht also so kopieren ja ich kopiere eben man kopiert man man kopieren ja das ist ein video von Hertha gestern ja ne aber er schickt mir den link da kann ich einfach drauf drücken außer er schreibt den schlappen ich kann sein dass ich hier nicht schreibe ne ne was ja ne was guckst du da ich guck das nicht ich guck das nicht ich guck das nicht drück mal selber drauf ist das copyright es ist rick roll was willst du also ja er lässt sich erstmal rick roll geil irgendwie hatte ich das vorher gesehen guckst du dir doch nicht auch noch an er lässt sich über den absichern geile melonen melans ja wirklich am anfang habe ich das noch gedacht er will uns jetzt mit nun aber dann hat er irgendeine scheiße geschickt werden das gleiche reinkommen es ist ja noch ein anderes gleicher link die 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 scharf kürt Schaaf, Lunde. Schaaf. Juri, ist ein Zombie drin. Hä? Hat wohl jemand die Tür aufgelassen, wer das wohl war. Auf jeden Fall, Leute, Grüße geht raus an der Nutella-Cack. Du warst jetzt unser aktivster Zuschauer. Ja, auf jeden Fall. Wenn du möchtest, dann kannst du auch mal auf unserem YouTube-Kanal Kostiulia Gaming gucken und vielleicht im nächsten Stream-Highlights-Video, vielleicht wirst du da sogar wen, wahrscheinlich sogar. Ja, also im nächsten, nicht im ersten. Achso, ich mag den Teller. Leute, deinem Teller-Cack mag nur einen Teller. Ich hätte es gedacht. Hm, schmeckt mir aber auch lecker. Ja. Okay, Jakob, lass jetzt Antworten. Okay, ich guck schon. Also, im nächsten Video ist wahrscheinlich nicht, ähm, äh, nicht erwähnt, weil im übernächsten Video, was wir gemacht haben. Haben wir gestern ein Video gemacht. Ja, genau, das haben wir gestern gemacht. Du wirst wahrscheinlich in der... Schneiden wir nach dem Stream. Du wirst aber in der zweiten Fall gedacht. Da, was wir sehen. Willst du mal das mit mir kommen, oder bist du schon da? Ich bin, bauen wir erst mal Schaufeln. Schafe. Ich habe ganz viele Schaufeln, also. Ich habe einer. Und die brauche ich vielleicht mal selber. Kiesel oder so. Also, warte, was hat man... Und lustig. Mach mal. Es wird so wieder irgendwas... Ah. Du mach jetzt noch kurz wieder. Werbung mach jetzt... Das ist keine Werbung. Ich mach dumm. Pass mal auf von vorne. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das denn wieder so eine japanische Anime-Sendung oder sowas eigentlich? Was ist das denn? Das ist ein altes Zusammenhang. Ja, du schaffst mir. Alium. Alium. Alium, ihr wisst. hallo und ich habe immer 10 abonniert ich habe einmal noch 10 Jahre geguckt Das war ein ganz neues. Aber sonst guck ich's nie. Das sind Tüße da. Aber sie hatten einen richtig fetten Streit, ey. Wirklich? Ja. Ah, nice. Nice. Ja, das war ein nice Video. Naja, jetzt wollen wir wieder meinen ausspielen. Ja, Nick? Komm rein. Ja. Mino? Siehst du unseren Namen? Nein, ich bin noch ein bisschen weiter weg. Oh. Weg damit. Nein, du bist ja nicht über den guck ich. Hallo. Saber Simulator, also mich jetzt. Und Dislike. Nice. Nee, muss ich noch. Ein Video gucken, oder? Nee, ist kein Video. Egal. Guck mir noch mal an. Nein, nein, ist egal. Okay. Wollen wir jetzt eigentlich mal kurz machen. Nein, kurz. Was willst du jetzt eigentlich? Eine kurze Pause ist doch okay. Der ist nur am Meckern, der Junge. wird jetzt abgeschlappt. Ja. Da ist er ja drin. Aber Muskeln nicht nach? Ich bin bereit für den Kampf. Bist du jetzt. Warum soll... Nein, lass nicht kämpfen. Hä? Welchen Kampf? Hanne, ich bin nur gerade in was für den brechenen Kampf oder so. Was ja. Hallo, Ruhe! Echt? Hä? Sneaky? Ja. Hä? Warte mal, ich muss mal gucken. Hä? 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 Hallo? Also was dann? No copyright. Okay, warte, lass mal. Ey, ich sag dir, dann mach dir mal nicht. Ey. Das. Aber dann auch nicht mehr. Ja, dann ist jetzt die letzte Längung, okay? Hey, jetzt wieder Schweineblut. Und dann so noch nicht mehr zu sein. Oh, uh, da ist das schon eine Bohr. Okay. Aber, du hast die ne classiert. Ja, ich sag dir was, du bist gut. hier aus der Krokodil Krokodil ist auch ein Big Box er ist das Frosch das ist ein Huhn Tier Chicken Burger einfach die Huhn-Communication mhm Janik liebt Schlangen was ist für euch der schlechteste YouTuber? alle antworten schlechteste ja die Gaming-Else was ist für euch der schlechteste YouTuber? äh Nana keine Ahnung sag ich ehrlich, Nana Nana? ich versteh Nana nicht ähm hm ich überleg 7x 7x wo? ja, ja, ah bei 7x ist halt er hat sich gebessert, das muss man mal so sagen Revi Revi? ja, ne ich verstehe Revi irgendwie immer nicht so da hab ich da habt ihr recht mal oh, Melone ja, also Simax war ja, also Simax hat sich wie gesagt auf jeden Fall gebessert da sind richtig viele Melonen ja hab ich nur so was an mir bauten ja, aber Simax und vielleicht hm 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 was ist denn dein schrecklicher YouTuber? ja sag mal du weil... ja, Kostylia Gaming und weh! Du sagst Kostylia Gaming okay Spaß 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 Mh, Mh, Mh Mr. Beast einfach! Mh! Oh, Melona! Oh, Gott! Oh, ne! Für mich ist das scheiße YouTuber nachmachen Ja, richtig! Richtig! Und deswegen hast du uns links davon geschickt Ja! Ah ja, alles die Feichen Adlershorn Ey, wenn ihr irgendwas mit Holz craften würdest Das ist das Video Müssen wir kurz reingucken So, Leute! Das war's mit dem Video! Ich hoffe, euch hat's gefallen! Ähm, lass auf jeden Fall einen Like Daumen auf meinem Kanal! Grüße geht raus! Und der Nutella Cake Der uns ungefähr den ganzen Streamer schon begleitet hat Die ganze Zeit irgendwas geschrieben hat Und irgendwelche Links geschickt hat Ähm, wir werden... Also, das war, wie gesagt, die zweite Folge von Minecraft Let's Play! Weil... Die erste Mal von... Hatten... Black Screen! Okay! Also! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Ciao, ciao! 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 Ciao!